ja und hier herzlich willkommen bei homeworld remaster mit mir und dem kampf um die verzweiflung um den nervenzusammenbruch um den totalen geistigem zusammenbruch so schilder aktivieren so jetzt ist das ding drinnen wohl das ding jetzt raus mit dir raus mit dir sagte ich bei der brüche gerade nicht so weil er die idioten auch noch karl weg durch den nebel jetzt habe ich schon wieder so ein ding verloren und wo haben wir die sammler nein du sollst da oben jetzt das ding einsammeln So, jetzt bauen wir die Flotte wieder auf, nach dem totalen Desaster, was es hier gab. Wow, warte, wo ist denn der Rest der Flotte? Habe ich jetzt vielleicht überhaupt gestellt noch? Ach, ach ne, die sind noch alle in Reparatur. Ja, zweites Schlachtschiff fertig und es kommt, wird da schön die Hangartore geöffnet und es fährt raus, fliegt raus und wir können beim zweiten Schlachtschiff gebaut. Genau, auch die Feuerkontrolle anbringen. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir halbwegs die Flotte wieder zusammengekräftet kriegen. Bauen! Destination locked in. On our way. Acknowledged. Confirmed. Resource collector complete. We cannot support any further units. Move order confirmed. Copy. Ready. Defense field engaged. Copy. Aufheben nochmal ein Schild. Ready. Shield power depleted. Recharging. Gut, dann du da oben hin. Und ich würde sagen, wir werden dann gleich loslegen, während unser Schlachtschiff gerade nur andockt und sich hoffentlich reparieren lässt. Die Jägerstaffeln beraten jetzt andere vor. Schauen wir mal, was die Verlustzahlen sagen. Gehen wir nicht ins Raum, Doc. Das mag ich nicht. Stolz von Igarra. Die mag ich. Okay, wir haben massive Verluste gehabt. Aber jetzt können wir endlich mal einen Aufklärer holen. Ja. Machen wir zwei. Nein. Das ist doch kein Aufklärer. Man sagt es aber, man macht es nicht. Das ist mal wieder so typisch. Sorgen aber nichts machen. Ich bin wieder in der Hinsicht wie ein Politiker. Ich sage viel und dann mache ich wenig davon, von dem was ich sage. So. Da muss was gebaut werden. Das ist voll. Uh. Von denen haben wir fast alles verloren. 234 und 264. 3256. 3256. 3256. 1. Marina Flagge. Einag. 4256. Auf 1. Geht dann. Bewegruß. Bewegruß. 2256. 3256. 3256. Oh. Abschirmungsregatte. Abschirmung nach oben. Wird er aber wert oder nicht? Keine Ahnung. Inhofer habe ich ihn jetzt. Confirmed. Defense Field Frigate complete. Roger. Green Line confirmed. Roger. Scouts Wagon. Cool, ich kann den Schiff nicht mehr abmachen. Okay. Okay. So, dann die... ...Berg was denn? 2nd Core Fragment retrieved. We only require the final component. It must be secured immediately. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist der Aufklärer. Wo... Hey, 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 hey. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Die Schiffe fliegen ja auch immer aus sonst wo hin. Da wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. feed. Donner. Interceptor Squadron complete. Cooper. Group 5 reporting. Mothership. Caution. Bauen. der schild generator mobile die wird damit so auf flotte gehen und die flotte der firma oben nachschauen das sehe ich doch noch was kommen die werden wir aufsteigen und sich das nicht schnappen werden wir da haben wir es doch da ist auch noch der hässliche kleine träger ich habe hier gefeuert was das zeug hält jetzt zerstöre ich den träger jetzt gibt es ja kein halt mehr nein die jäger nur andocken weil die hälfte der jäger schon wieder am arsch ist entschuldige für den ausdruck ist aber so die aufklärer bieten nummer zwei ww watch your course this is looking good stay tight roger standing by target lost in nebula reporting coordinates confirmed where's the escort we need cover here all right stay with me now ready group three moving to destination destination locked in ion cannon frigate complete we cannot support any further assume combat stations roger roger mothership defense field frigate under attack roger roger standing by defense field powered up ready acknowledge da ist noch ein zerstörer der muss immer weg und da ist noch ein zerstörer, überall zerstörer noch versteckt die beiden großkampf werden sich weiter darum kümmern der kleinen kram wird zurück zur flotte gehen der ist unterwegs, der kann auch zurück ach du wunde, ach du schande roger der will wieder nicht hören ey, das ist so ein miss dass dieser kann da jetzt festhängt we cannot support more units ready target lost in nebula destination locked in we've got enemy contact aber komm gib mal gas wir müssen uns jetzt deringen ins nach vorne dh habe ich den ölkutzt kaputt gemacht ja, der mit ihren kracht wird ölkutzt kaputt gemacht diese säcke So, die Flotte kehrt zurück zum Flottenschutzpunkt. Die Jäger sind jetzt endlich mal wieder eine richtige Gruppe. Was sagt der Schlagschuffproduktion? Aufgaben? Ach, keine mehr Baubad. Ja, 3 sind das Maximum gemacht. 2. Obwohl ich ja noch mehr als genug Platz hätte. Gib mal Gas. Wenn immer nach vorne. Wo ist das? Wir können keine weiteren Uniten unterstützen. Schau dir 6. Schau dir 8. Schau dir 8. Schau dir 8. Schau dir 9. Du bist ein Torpedo. Schau dir 8. Schau dir 8. Schau dir 9. Und auch alle die Corpeto-Frigatten, die mächtigen Corpeto-Frigatten. Ja, genau, und wir haben eine schöne Reichweite. So, das war die Rache. So, alles zurückziehen und dann bauen wir das Reflotte jetzt auf. So, Jäger geschwadert sind alle wieder in Ordnung. Die sind in Ordnung, die sind in Ordnung. Ach, ne, doch. Doch, ja, genau, die sind in Ordnung. Und auch das hier, ne, genau. Okay, also dann haben wir gleich soweit alles Wichtige. Und dann haben wir noch welche Forschung, die gerade weit sind. Und noch zwei Schlagschuhe, bestimmt wenig. Ha, die Dinger sehen so elend genial aus. Mit dem riesen Hangar. Mit der extrem kranken Ionenbewaffnung, die sehr... Roger. Standing by. Roger. Torpedo-Frigat, complete. We cannot support any further units. Standing by, reporting. On our way. All three Ventusi-Core-Fragments are safe. The first of the great cores now belongs to us. Dispatch the remaining VEGAR forces. Geschwadert, was kommt jetzt die VEGAR forces? Was will da jetzt, äh... In welcher Streitkräfte vernichten, die wahrscheinlich nicht nur möglich sind? Das sind ja sogar nur Bomber. Da schicken wir mal die Jäger rein. Das sind alles nur Bomber. Da schauen wir uns immer an den Spektakul-Jäger. Wo ist die VEGAR? Was ist das? Oh. 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 ja es kommt noch ein bisschen näher, mal gucken was hier noch so alles aus dem Nebel erscheinen will naja, das geht immer nicht baden so, sieht schon mal ganz gut aus aber ich weiß warum, äh klar, während der kämpfe, sprache so, äh, ja, was baust du denn noch? Flakvergarten, okay, dann baust du Flakvergarten in munterer Masse so, Krupe4 wird auch lange wieder voll, die bringen da immer noch Schrott zurück sind noch irgendwas, Vega Streitkräfte vernichten, ja, welche Vega Streitkräfte? schicken wir mal die Aufklärer vor irgendwo wird sie bestimmt noch ein kleines dünnes Schiff versteckt halten so, dann ZZ, aber los hier sag ich's doch, da hinten ach du heiliges Omi-Loch, Halleluja, was haben wir denn da entdeckt? das finde ich jetzt echt uncool, dass ihr da doch so was stehen habt das müssen wir mal schnellstens unterbinden sooo sooo die rücken mal ein Stück hervor, damit wir den Carrier sehen und die da drauf beide und natürlich auch die die sollen defensive Carrier bilden, die da auch auf das Raum doch gehen ja, dann werden wir jetzt nach dem Sprungdorf der mein Schiff da wieder entpackt sein und eins müssen wir jetzt niemals an die Werft schicken, das funktioniert nicht mehr gut, das ist keine tödliche Strahlung, wie ich schon befürchtet habe sooo dann machen wir den Angriff, aber das machen wir beim nächsten Mal hier mit mir im Oro und bei Homeworld Remaster Cheerio Bye Bye und auf Wiedersehen